Hey Freunde! Da ich keinen Alpha in Wight für Battlefield 5 gekriegt habe und ich darüber ziemlich sauer bin, spiele ich jetzt Battlefield 1. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Mit der Schwester. Die Schwester ist auch mit dabei. Ah, hatte ich was vergessen. Ja, wir sind zusammen in einem Trupp, ist doch schön. Ja, ich sehe mich aber gar nicht. Du bist Trupp-Leader. Ich bin Trupp-Leader? Warum bin ich denn Trupp-Leader? Ja, weil du einen Stern hast. Ja, aber ich will gar nicht keinen Stern haben. Als erstes brauche ich eine Flak. Und hier sind mir eindeutig zu viele Flugzeuge unterwegs. Weil da wird sich nämlich nie drum gekümmert. Oh, was soll denn hier? Hallo. Komm, dann. Dann, 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 dann. Oh nein, wir haben David verloren. Wo ist er hin? Ich bin gerade Richtung D. Das ist gut. Gas, Gas, Gas. Da musst du T drücken. T für Taschen-Gas-Maske. Keine Ahnung. Für Taschen-Gas-Maske. Aber wenigstens habe ich, glaube ich, schon einen angekillt. Ja? Hast du schon einen angekratzt? Ja, ich habe einen angekratzt, der danach gekillt wurde. Also. Ähm, ab zu E. Nee. Da ist einer. Denk dran. Decken, dutschen, dacken. Decken, äh. Decken. Decken, dutschen, dutschen, duckeln. Decken, dutschen, duckeln. Decken, dutschen, duckeln, duckeln. Oh man, bist du gestiert? Nee. Aber ich wurde geschossen. Volles nett. Na, da bin ich. Oh, oh. Hast du ihn getötet? Ja. Geil. Verdammt nochmal. Aber hier ist irgendein Flack, was richtig krass. Ja, irgendeiner Mörser-Down. Boah, hab ich Lex hier. Ja, warum? Guck mal rechts an der Seite. Sind da irgendwelche Symbole? Boah, da kommt ein dicker Panzer. Deswegen. Ja, auf vier hast du Handgranate. So eine ganz fette. Oh, ich wurde leider gemarzt. Mit Granate in der Hand. Oh. Gibt der noch? Doch nicht Friedrich. No, nicht Friedrich. Alter, was ist denn hier los? Nein. Ich steig bei D ein. Yay. Weiter geht's. Ah, hier. Ich hab den Mörser gefunden und ausgeschaltet. Da ist er. Der Hund. Hast ihn? Ja, ja, der ist weg. D ist wieder safe. So, wo wollen wir hin? Saran. Oh, F. Wie wärs denn mal mit F? Oder E. 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 E wird grad eingenommen. Hier ist einfach richtig Krieg. Was? Ich hab aber auch nix bis zum Abdenken, ey. So schlimm? Warum? Ich muss die Grafik ein bisschen unterstellen. Oder schau mal, ist, wie gesagt, rechts an dem Bildschirm sind da irgendwelche Symbole, die dir irgendwas anzeigen? Das ist hier ein kleines. Friendly Fire an, oder? Aber sind da irgendwelche Symbole? Kann ich grad nicht gucken, ich bin grad vorm Stress. Scheiße, Captain. Ich muss einfach nur kurz rechts gucken. Scheiße, das muss ich auch noch nachladen. Ah, die kaputt! Oh, ich hab noch verwischt, cool. Wie treff ich den denn nicht? Alter! Hab das gesehen? Ich mein... Ne, dafür hab ich einen genannt. Meine Hertha draufziehen, geht schon gar nicht mehr. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Die Waffe war sonst immer ultra präzise. Haben die irgendwas dann gemacht? Die irgendwie die Werfte oder so? Ich weiß nicht. Ich muss gleich irgendwas unterstellen, ey. Ich nehm einen Schluck Mate. Oh, da ist einer. Ich wollte noch nur einen Schluck Mate nehmen. Danke scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah! Oh, danke schön. Bonglotz hat mich gerettet. Sehr gut. Man, ich hab... Bleib oben bei B, ne? Ich hatte... Ich hatte ein Ding ins in der Hand. Ich konnte nicht. Ich wollte F einnehmen. Oh, ich bin genutzt worden. Ich weiß, die Wandern. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Ey, du bist einfach wirklich guter Besuch. Leute, da ist einer. Seht ihr den denn nicht? Wo denn? Ja. Oh Gott, ich hab solche Decks. Boah, ich bin leider genutzt worden. Boah, hab dich lecks. Ich muss mich verstellen. Alter Scheiße, was ist hier los? Nein! Nein! Ah ja, wenn du brennst. Ja, ich bin tot. Ähm. Ah, kurz was trinken. Ähm. Wenn du... Brennst. Wenn du sprennst, ja. Wenn du sprennst, ja. Ich wollte, wenn du stirbst, das heißt eigentlich. Wenn du brennst, äh, auf den Boden schmeißen. Also hinlegen auf den Bauch. Äh, macht man nochmal auch auf der Steuerung, ne? Y-Y. Y-Y. Wie immer. Hat sich nichts geändert an der Steuerung. Rein gar nichts. Okay. Wir sind hier doch noch nicht weit geflogen. Boah, ich schalte die Wand an. Auaaa. Wieso ist denn da jetzt ein Panzer? Oh nein, der ist tot. Ey, ich komm zu dir. Nein, das war zu kurz. Geht doch mal. Geht doch mal. Komm mal den Berg hoch robben. Oh Gott, wie belebe ich weiter. Du gar nicht. Du bist, äh, du bist Panzerschützer. Also, anti-missl. Hier, wie heißt es nochmal? Panzerschreck. Typ, der Panzer kaputt macht. Oh, will ich noch eine Granate geworfen? Warte, ich belebe dich wieder. Oh, da kommt grad von rechts ein Auto. Alter, ich trau mich, meinen Kopf hier rauszustrecken. Das ist gut. Okay. Ah, Mann. Erste Hilfe. Ich hoffe, dass Zeug nützt was. Komm einfach mal weiter auf den Boden rum. Du bist verletzt, ich zieh mir das an. Irgendwo wird von... Ach, da. Das ist ganz schweig. Toll. Na toll, ich bin genutzt worden. Wieder von Auto. Der bald hat die Oma Hand. Komm doch mal. Hast du die männliche Stimme? Du musst die Damenstimme nehmen. Also nicht die Darmstimme, sondern die Damenstimme. Darm. Die Darmstimme. Die Damenstimme. Die Damenstimme. Scheiße. Der kommt ja dazu, hier. Ja, ich merks. Boah. Den hab ich aber nur angekratzt. Aber ein bisschen. Du hast meine Schwester getötet. Soll ich dich wieder zusammen treffen? Hahaha. Hast du mich wieder belebt? Du Guter. Oh, da ist er schon wieder gekommen. Ich hasse es. Oh, warum war ich nicht schnell? Oh, die sind endlich mal dazu gekommen, F einzunehmen. Das ist schön. So. Ich geh jetzt einfach mal wieder zu D und dann ab zu E. Ja, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Die kleine Sack, so. Ey. Kein Witz. So. Es trifft man doch nichts mit solchen Legs. Auf zum Meckern. Nichts hier. Die Messert. Ja. Auch jemand, der ist die Hilfe. Ich hab Jeffs war getötet. ich hatte das so dass ich abbrechen kann du bist hier der panzerabwehrschütze ja ich guck doch schon machen wir machen als unser panzer ab zu c ist auf dem dach es gibt manchmal orte wo ich denke wie kommen die dahin ich bin jetzt gerade noch bei bei e und macht den typen vom dach weg weil das stört der stört da so ein bisschen weil das ist so ein ort wo man halt überhaupt nicht guckt guter junge und er jetzt hoffentlich aber auch ein spot gewesen so f ist auch wieder safe das gut die fahrzeug geht das natürlich gut das kann ich jetzt gebrauchen ich habe gesagt bitte nicht töten das geht richtig auf diese wippen diese waffe ja die so gut da kommt gleich einer von wo aus dem auto ja ja dann habe ich direkt fahrzeug abwecken das ist natürlich was ganz feines lassen die gerne mit zack dicke anti dicke anti dingens büchse und die panzer büchse muss der penner der mich gerade beschossen hat ob der wieder auf dem dach also wenn ich da mit einer da damit ein kurzer a7 das a granate muss da 1337 oder was eine sacksau bei die kleine sacksau ich brauche ich dich hat einen reingegönnt kann ich noch mehr flugzeuge das kommt ich brauche dich in einer guten position sehr gut guter schuss guter schuss ich muss übrigens dieses gewehr was ich habe das so groß und dick und schwer das muss ich auf einer mauer oder auf dem boden ablegen damit ich damit schießen kann also das ist ganz komisch ich mich hin leg dich hin meine fresse arsch wo hat er mich richtig verprügelt ja ja da oben ist ein panzer und den will ich weghauen ist er noch da weiß ich glaube der ist weiter zu dir dann kommt da und feuer junge zack bam das gottlos ich liebe dieses ding das ist jetzt zwischen viermal passiert dass ich ein gegner direkt davor hatte und dann habe ich ein leck recht so schlimm schuss habe ich noch 15 ach direkt auch nicht leben so diese diese superklassen die regen kein leben schon ich brauche unbedingt leben denn ich brauche leben ja da ist einer töt ihn bei E? ich bin gerade genutzt worden weil ich schon wieder oberlegs habe ey das ist zum kotzen jetzt rege ich das gut wo gehst du rein? ich bin bei E ich dachte das wäre einer boah ich habe gerade Herzstillstand gehabt kurz Herz gehabt mh ganz kurz aber nur ich bin gerade bei E abgeknallt worden ich bin jetzt gerade bei E und mache hier so den Semi-Sniper ja das Problem ist halt dass ich hier halt voll die starke Anti-Fahrzeug-Waffe habe und die am besten auch für Fahrzeuge benutze ich meine damit kann man auch zwar auch Bots killen kurzer Cut ich möchte anmerken dass wir hier gegen echte Menschen spielen und nicht gegen Bots wir nennen die Gegner nur immer Bots das hat sich so über die Jahre eingebürgert ich weiß nicht wieso aber es sind halt unsere Bots weiter geht's aber die ist halt nicht so die ist halt nicht so präzise also schon präzise aber man kann damit halt nicht so krass zielen also schon krass zielen aber die hat halt nur Kim und Korn das wollte ich sagen ja ist nicht schlimm war auch nicht wichtig äh wollen wir zu D scheiße, scheiße, scheiße ich darf nicht sterben, ich darf nicht sterben ich darf auf keinen Fall sterben wow okay das war knapp ey ficken krass okay warte ich brauch ne gute Position da hinten, da ist gut da ist schön Junge wie kann ich mich so richtig warte ist sie wieder am Flugzeug unterwegs kann ja wohl nicht wahr sein der muss weg der stört ähm woher ab bei E rein wollen wir uns an D machen äh wir verlieren ich leiste hier Unterstützung Luftunterstützung Bodenunterstützung Luftbodenunterstützung Aua 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 das weiße Panzer kommt von hinten Dennis ja ich sehe es ich sehe es ah er hat mich getötet aber dafür habe ich ihn ordentlich Aua gemacht ich glaube der ist geplatzt ja das ist gut hier liegt ein Flugzeug das sieht ganz schön aus ich glaube der explodiert gleich ich glaube das ist nicht gut ich bin da auf dem Fußboden rum Dennis wenn du jetzt rechts gehen würdest ich jetzt links meine ich links links die Straße runter ja da liegen die nein also ich gehe jetzt bei E rein aber von da da liegt einer auf dem Boden den sieht man nicht voll Kackvogel der hockt einer an der Ecke oh das wird sauknapp fällt mir gerade auf pass auf wenn du da ins Haus gehst da sitzt einer an der Ecke und wartet ja aber so gut waren wir auch nicht so Leute das war es dann auch sobald ich einen Alpha N weit für Battlefield 5 kriege werde ich ein bisschen Battlefield 5 spielen ich hoffe es hat euch gefallen vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss dieses Geräusch ist übrigens meine Hände wie sie sich aneinander reiben und wer dann den der der